Lust, so viel Zeit in Serien zu investieren, tatsächlich. Wie oft hatte ich heute schon diese Leute hier in der Lobby mit IF Autism und so. IF Cancer. Musst halt ein bisschen Glück mit dem Beta haben, ne? Aber wir haben Glück mit dem Beta dieses Jahr. Oh, schief. Tschau. Tschau. Wo? Ja. 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 Was killt mich wieder? Knife. Kudle, danke für 36. Danke, dass du dir drei Jahre voll gemacht hast, Kudle, mein Freund. Dankeschön. Dann einfach Hochgebirg streamen. Boah. Nee, da wird es keinen Stream geben. Von mir zumindest. Ich will Sirena streamen, aber ich will einfach nur das genießen. Ich weiß, 99% der Creator sind so. Aber ich bin nicht so. Ich sehe da meine Eltern und unseren Feini, den ich jetzt seit fast gefühlt einem halben Jahr nicht gesehen habe. Da will ich einfach nur die Zeit genießen. Ich heiße mal auf. Ich werde auch nicht auf Insta und so chillen. Das ist einfach nicht meins. Und by the way, kommt am selben Tag, an dem ich aufbreche, kommt einfach... Ey, ihr habt ja Todesspaß hier, oder? Ach du Scheiße, wie lebe ich noch? Hm? Ja, aber wisst ihr was? Weil Knifen geht immer. Checkt ihr? Weil er ist der schlechtste Spieler jemals. Aber Knifen geht immer. Und da killt man auch immer alle. Also merkt euch. Einfach Knifen, wenn nichts mehr funktioniert. Ähm, genau. Und da kommt sogar das Aiming-DLC raus. Lustigerweise. Ähm, aber das muss alles warten. Wir fehlen leider einer Klappe. Ähm, wir fehlen leider einer Klappe. Ähm, wir fehlen leider einer Klappe. Oh, Schwedzi-Bohnen. Ähm, wir fehlen. Und ähm... Oh, Schwedzi-Bohnen. Was ist her damit? Ähm, genau. Lieber Gott im Himmel. Ich bin jetzt schon wieder dreimal gestorben in dieser Runde. Und dreimal waren es Nahkampfaffen. Dreimal. Ich bin noch nicht eine Runde... Jetzt hier in dieser Runde einmal normal gestorben. Es kann doch wirklich nicht wahr sein. Ja, wie habe ich das daneben geborgen? Das ist crazy. Okay, das ist crazy, dass der jetzt deswegen... Dass der das jetzt überlebt, weil meine Waffen... Ah, 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 ah ja. Ja, ich kann schon verstehen, warum man manche Sachen... Also manche Momenten am Handy ist so, aber... Ich bin halt einfach nicht so. Ich bin eher der Moment-Genießer, ja. Und das Aiming-DLC kommt lustigerweise an dem Tag, an dem ich aufbreche, kommt es raus. Ihr wisst ja, was das Geile ist, Chat. Das ist doch einfach mal ein W wert, weil... Guck mal. Alle Streber werden das Spiel und alle werden es durch haben. Wenn ich wieder da bin, bin ich gefühlt der Einzige, der es noch nicht... Ja. Der es noch nicht durch hat. Und dann könnt ihr... Ihr lasst euch nicht spoilern in meinem Stream. Das heißt, ihr könnt auch alle das Aiming-DLC durchspielen. Und wenn ich dann aber wiederkomme, könnt ihr es bei mir genießen. Und dann ist es auch viel lustiger für euch zum Zuschauen. Weil ihr dann halt manche Sachen... So, ihr kennt es dann schon. Ihr wollt dann wissen, oh, wie reagiere ich jetzt? Darauf sterbe ich jetzt an dem Boss? Und ich werde mir legit nichts angucken. Gar nichts. Ich werde mir legit gar nichts anschauen. Top 10, boys. Top 10, boys. Let's go, let's go. GG. GG, komm an, komm an. GG, GG. Let's go, let's go, boys. Oh, ich werde ich nur die Runde vermiesen. Ihr kleinen Pussis. Kleinen Pussis. Hey, boys. You want to win the game? I can help you. I can help you. I can help you guys. I can help you. Yeah, yeah. I swear, I'm not... I'm helping you guys. Go, go, Reg, Reg. I'm not killing you. I'm not killing you guys. Chill. I'm not shooting you. Alright. Jetzt haben wir ein Problem. Äh, Pegasus. Mein kleiner Freund. Mein präsentischer Freund. Jetzt hast du es verscherzt. Ich bin gut. Yo, komm an mich, komm an... Ah, I'll be clean. Ja, finis für mich. Ist es ihr, Leute? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Du bist tot, du bist tot, du bist tot Tactical demon Ich bin sorry Ja, ich bin Sorry, bro Ich bin tot Ey, Cloudy, Cloudy, ein peu Ich bin dein Freund, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir Are you on rooftop? Are you on top? Kein Problem Kein Problem, mein Freund You're on top? Okay, I am bottom Okay That's me shooting, I got one downed on control center Control center downed Control Yes, yes, yes I come up and give you some Ah, okay, okay 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 We're On me, on me Okay, okay I'm not hitting you, but Yeah, yeah, don't worry, I'm here, you guys can kill, I'm not with you I'm bottom I'm gonna say that because How many are you guys, are you three or two? No one You're not getting banned, bro, you're not getting banned, you're not getting banned, bro I'm not even teaming with you, I'm not next to you Exactly If you come near me, I'll come over here Yeah, yeah, I'm not coming near you, I'm not coming near you, guys I'm not coming near you I'm not coming near you I'm done it, I'm done it I'm done it So you wanna fight me, yeah? So you wanna fight me, yeah? Airstrike You should watch out for that, guys Beamed him Where's the airstrike? Where's the airstrike? There Nooo 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 I killed them Nooo 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 Okay Hey, put your hands up Surrender Surrender You can have to win if you want Just surrender, bro Drop your guns and surrender Okay Little tryhard We have down there Ich wollte sie nicht töten, Jungs Ich wollte es wirklich Der war so nett, dieser Einer Er war so süß, er war so ein kleiner Franzose Und er konnte einfach Englisch, das muss man appreciate In heutiger Zeit Er konnte richtig gut Englisch, ich wollte sie nicht töten Er hatte Angst, gebannt zu werden, Alper So ein süßer Auspex, danke noch für den zweiten Monat Flo, danke für 21 Monate Wohlaufsteam hat sich immer geil Ah, ich finde das auch in der Zeit, was ich genießen möchte Ja, ich meine, man schiebt ja sonst immer Deswegen also Ah ja, keine Ahnung Jeder suche